Es ist ein spezielles Spiel. Ich habe bei FC Zürich gespielt, bin top motiviert und wir sehen am Sonntag, wie es rauskommt. Ich hoffe, ich gebe mein Bestes im Training, dass ich von Anfang an spiele. Nicht nur jetzt gegen Zürich, ich möchte jedes Spiel von Anfang an Spielen Gas geben und mich belohnen. Ja, wir müssen reagieren, aber jetzt ist es auch nicht so schlimm, dass wir verloren haben. Ich meine, wir haben uns wieder zusammengefunden diese Woche und wir geben Gas, um positive Resultate abzuliefern. Ja, ich habe schon ein paar Freunde dort und wir sind auch motiviert gegeneinander zu spielen und der Bessere gewinnt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.